Ich glaube, ich bin erschrocken. Hä, das war doch kein Messer. Ich hab ein Messer gekriegt. Hä? Ah doch, 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 doch. Weil er ihn, er hat ihn umgesprungen. Also ich hab ihn erst, ich hab noch einen Injur Assist kurz vorher gekriegt. Okay. Du hast ihm ins Gesicht getreten. Genau. Und dann hab ich ihm die Nase gebrochen. Das Nasenbein ins Gehirn geschossen, sagen wir es so.